Okay, na, schön, Null. Hier bräuchte ich Wasser. Hab ich aber nicht. Wow. Okay, Julia ist echt gut bei der Sache. Die Musik ist übrigens ebenfalls aus Super Mario Bros. 3. Ah, deswegen kanntest du irgendwoher. So, ähm. Wegen die Festungstypen immer. Richtig, genau. So, ich versuche ihn blind zu machen und sie halt einfach mal. Ha, schön. Awesome. Was denn? Ich hab so viel Schaden gemacht. Äh, ich mach weiter. Ich mach High-Welle. Ja, schön. Blind. Okay. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Ich mach jetzt weiter mit der Taktik. Die ist eigentlich ganz gut. Aber die Stärke ist sehr leer. Stärke. Yay. Sehr schön. Gut. Das hat mir gut gefallen. Ähm. Einfach weiter mit der Taktik. Denn wir kriegen den schon irgendwann in die Knie gezogen. Okay, jetzt denke ich, der Strahlen hat jetzt gerade nicht viel abgezogen. Gaias Rache. Oh je, Mini. Ich probiere mal eine kraftes Heilmond an dem Haus. Und ziehen wir dann mal weiter. Das passt schon so. Und zieh halt auch weiter. Okay, Kraft ist halbem und macht mehr Schaden. Das werde ich aber weiterhin dann nutzen. Schub mich. Oh, ne. Okay, das macht echt viel Schaden. Äh. Heilquelle auf Shizuna. Shizuna. Boah, wieso habe ich jetzt Shizuna gesagt? So. Aber so ist wir eigentlich ganz okay. Muss ich sagen, es passt schon. Super Magie tragen. Äh. Super Magie tragen. Ich versuche wieder blind zu machen. Und. Heilquelle. 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 So, Kraft des halben Monds. Spie-Rei-Klinge. Agitation. Und. Ah, das ist mir zu gefährlich. Shizuna stirbt gleich. Wenn es sich nochmal trifft, so. Aber er wird langsam rot. Das heißt, wir nähern uns doch irgendwann mal dem Ende. Hehehe. Schön. Hehehe. Und. Versuchen wir weiter blind zu machen. Und stärken wir. Xai. Shizuna trifft nicht. Scheiße. Bam. Schön. Ähm. Ähm. Ja. Fast eigentlich so. Sie gibt sich jetzt den Super Magie tragen. Und. Sie heilt. Jeder hat seine festen Rollen. Die Schlange macht schon gut Schaden. Sie hat aber gerade auch spezielle Fähigkeit. Na. Sauber. Ähm. Ja, nicht jeder Boss. Ja, aber komischerweise setzt es bei mir nie ein. Ja. Die wenigsten haben es nicht getan. Achso, okay. Seomus kam leider nicht zu seiner. Hehehe. Gaias Rache ist gemein. Das ist der, der wirklich. Der macht schon ordentlich Schaden. Wenn du eine Spezialtechnik kommst, musst du mehr. Was ich machen will. Okay. Ich will dir auch einen Super Magie tragen. Item. Super Magie tragen. Du heilst dich jetzt einfach mal. Denn ich will dir auch einen Super Magie tragen. Das ist ja ganz praktisch so. Das war nicht viel Schaden, den er gekriegt hat. Deswegen stärkt es hier jetzt einfach mal da leer. Und dann passt die Sache. Oh, er ist blind. Ha. Ha, 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 ha. Heutung? Was zum... Da hast du es. Okay. Barriere. Okay, gut. Man kann sich auch einfach mal so um 15.000 Leben heilen. Ist ja nichts. Mach ich auch immer. Und, ähm, so. Ja, ja. Ihr wisst, was ich mein. Ich heil mich mal. Um 15.000. Werde die Gleis sehen. Hier. Na. Drei, vier Runden habe ich dann mich um 15.000 geheilt. Ah, schön. Okay. Gut, aber es ist auch kein Problem. Ich habe jetzt irgendwas Schlimmeres erwartet. Irgendwas, der drei meiner Charaktere one-hitted. Und nur einer überlebt. Hihi, 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 hihi. Noob. So, Magietränke erstmal wieder verteilen. Dib, 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 dib. Und stärken wir den Xai. Okay. Dass der in der nächsten Runde wieder mehr Schaden macht. Ei, ei, ei. Okay, die Susuna. Jetzt wollte ich schon wieder Shisuna sagen. Was ist denn los mit mir? Das gibt's ja nicht. Die Susuna kriegt richtig gut Schaden bei dem. Aber sie hat ja auch mit Abstand am wenigsten Leben. Also, dementsprechend. Ei. Das ist schmerzhaft. Oh. Teil Aura. Aber ich glaube, lange hält er nicht mehr aus. Müsst er bald. Ins Gras beißen. So, hier greift's weiter an. Du benutzt ein Item. Den Superheightrank. Und du benutzt einen Supermagietrank. Na, jetzt komm. Langsam musst du aber sterben. Wow. Wow, das hat er auch noch nicht eingesetzt. Was denn? Oder? Hat er das eingesetzt? Ich hab nicht hingeguckt. Ich auch nicht. Schuppenschleier, zufällig. Ja, irgendwas Blaues. Schuppenschleier. Was ist denn, hat er das schon mal eingesetzt? Kraft des Halbmonds. Mondstein. Flieg und Sieg. Gut. Sei es nicht so schlimm. Der hält ein bisschen was aus. Spiralklinge, Alimation und, ähm, ich mach jetzt mal Barriere aufs Zuzuner. Oh. Oh, ja. Er sollte aber langsam mal ins Gras beißen. Das seitliche segnen. Und was es noch alles für Rasen dafür gibt. So. Und? Sei? Willst du ihn töten? Der nächste gegen. Dankeschön. 2100 EXP, 4300 Zenny. Ja. Tschüss. Plopp, 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 plopp. Es hört sich an, als ob man Steine ins Wasser werfen würde. Puh. Ihr habt sie besiegt? Die Beste der Wüste? Ich kann nicht sicher sein, ob sie tot ist. Fahren wir lieber schnell rüber. Ja, ist okay. Ankerlichten, wir fahren los. Wir lassen uns von der Strömung mitreißen. So, aber jetzt bin ich, glaube ich, auf dem anderen Kontinent, oder? Ja, jetzt bist du auf dem anderen Kontinent. Sehr schön. Und, Leute, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Und sehen uns dann das nächste Mal in Emory. Da geht's dann. Das ist der Grenzposten, oder? Ah, okay, gut. Hier mache ich einen Schnitt, hier am Wendepunkt des Grenzpostens. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.